Und zwar werde ich erstmal neu spawren und dann weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich versuche jetzt bis da durchzurennen. Alter, wer oder was, von wo und wie? Äh, he, he, he. Ah, okay, sehr nice, sehr nice, muss man sagen. Der Snap von da oben, der Snap von da. Das ist schon nicht schlecht, nicht schlecht. Also muss man euch sagen... Ah, sogar zwei. Komm! Oh, schade, kein getroffen. Aber ein Versuch, was wäre wert? Wieso kann ich das hier nicht bauen? Oh, ich habe nicht genug. So, das sollte erstmal reichen. Hä, he, he, he. So, ich schaue mich mal hier durch und sehe, dass wir damit nichts geschafft haben. So. Komm, komm, kom, schnenn, schnell, schnell. Hoch, 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 hoch. Hup, hoch, 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 hoch. Leertaste, ich penetriere dich. Hop, 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 hop. Nicht, dass ich hier sofort kalte Ohren bekomme. Boah, Alter. Der hat mich aber schon gut mitgenommen. Ähm. Langeweile? Sehr nice. Schießt er da erstmal meinen Grabstein weg? Hm. Soll er machen. Mir doch egal. Aber so geht das nicht, denn wir werden das nicht einfach so auf uns sitzen lassen. Wir werden Ihnen zeigen, was ein rechter Haken ist. Da. Komm her. Komm her. Ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben, Leben, Leben. Scheiße. Da oben ist das Leben. Komm runter, komm. Fall, schneller. Scheiß Schwerkraft, ist so langsam. Na, 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 hey, Langeweile. Mr. Potato. Potato. Da oben läuft ein blauer herum. Ja, die blauen sind die schlauen. Boah. Sniper von hinten. So. Hat er davon. Oh, letzte Minute schon wieder. Ey. Was wollte ich machen? Hä? Zwei Schüsse mit der halbautomatischen und der ist nicht weg? Okay, das ist respektabel. Ähm, schreibt's doch mal in die Kommentare, denn es interessiert mich, ob die halbautomatische, also die schwarze, die ich gerade benutze, überhaupt einen Laserstreif verursacht. weil ich weiß das nie und ich seh das bei mir selber gar nicht, denn ich spiel ja immer ohne, wenn ich den Server erstelle. Oh, GG. Yo. GG. Es geht. Oh. Och, nee. Ey, dann treff ich nicht mehr in der Nachspielzeit. Und schreibt's doch auch mal in die Kommentare, das wär extrem nett, wann man eigentlich, äh, schon wieder falsch geklickt, wann man eigentlich neue Waffen freischaltet. Manche sagen, aufleveln irgendwie, oder, aber manche sagen auch, ähm, man sollte alle Errungenschaften freispielen. Vielleicht weiß das einer ganz genau und hat das vielleicht schon mal gemacht und hat die extra Waffen und kann mir das vielleicht sogar sagen. Oh. Da müssen Diamanten hin, da sind aber keine zu finden. Dann suchen wir mal nach Diamanten. Wir können das ja. Hab ich ja schon mal gezeigt. Also, ich bin der beste meiner, äh, der Welt, also, ich mach das schon seit meiner Kindheit. jeden Tag muss ich in die Grube ins Loch des Universums und erst mal Diamanten suchen. Das mach ich jeden Tag und es ist relativ langweilig. Na, komm, runter. Hallo, hallo, hallo. Alter, wann kommen die denn? Gibt's auch gar nicht. ich brauch Munition. Das ist ja blöd. Da, ich glaub, da kommt was. Ja, Danke sehr. Boah, das hat auch lang gedauert. Dann mach ich gleich ein neues Loch und gucke, ob ich Minen finde. Minen, Minen, Minen. Hier ist Wasser. Aber da, ich meine, nicht Minen, äh, Minen finde, ich meine Diamanten. Ich meine nach Diamanten. So, das wollte ich sagen. Da, Diamant. Los geht's. Ähm, also, ich glaube, es war jetzt nicht so schlau, hier nach unten zu gehen. Jetzt komm ich nicht nach oben damit. Ey, helf mir mal. So. Oh, Scheibenklässer, ein Grüner hat uns einen Diamanten weggeschnappt. Los, schnell hoch. Ja, hilf mir, hilf mir. Rückendeckung, gib mir Rückendeckung. Oder Frontendeckung, ist mir egal. Jedenfalls, irgendwelche Deckung. Ich brauch Deckung. Gib mir Deckung. Schnell. Achtung, geht vor mich, geht vor mich. Braucht von vorne haben. Meisten Deckung. Weil wenn da einer snap, bin ich sofort weg. Ich glaub, die haben das nicht so raus. Alter, uah. Ich hab den Diamanten in die Haum gebracht. Und ich finde, das hab ich gut gemacht. Also, es hat funktioniert. Sehr souverän und einfach. Fand ich schön, also super Sache. Na los, fall. Hihihi. So. Jetzt mach ich noch etwas Kacke, denn werden ich keine Kacke mocht. Der hat sowieso schon verkackt. Boom. Hm. Hab mir das jetzt irgendwie anders vorgestellt. Ich hab gedacht, ich klatsch jetzt auf den Boden und bin weg. Hui. Bäume fällen. So. Genau. Das suche ich. Na. Los. Zeig mir die Diamanten. Du Bohrer. Äh. Diamanten zeigen. Schönes Piepen in den Ohren. Tudum. 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 Tuff. Buff. Und Buff. Nix gefunden. Nix gefunden. Schade. Aber ich hab ja extra den Supersparten, den ich schon freigeschaltet hab. Was ich nicht verstehe. Wie und wann und wo. Oh. Oh. So tief war ich ja gar nicht. Meine. Ach, der macht das genauso. Okay, dann bin ich nicht der Einzige, der das so macht. Das freut mich doch. Diamanten, Diamanten, ich brauch die Diamanten. So, ich hol mir mal schnell Munition wieder von oben. Ich hoffe doch, das ist schon wieder welche neue da. Da ist doch welche. Das freut mich doch. so, ich geh mal hier ein bisschen tiefer. Alter, da ist auch nix. Da muss ich schon wieder hochlaufen. Äh, schrecklich sowas, schrecklich. diese Pennei. Alter, die gehen wir jetzt noch mal auf den Sack. Äh. Na los. Oh, letzte Sekunde und ich habe wenigstens einen Diamanten nach Hause gebracht. Das war eine schöne Runde und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Und ich habe meine Errungenschaft freigeschaltet. Das ist doch schön. Wir sehen uns also in der nächsten Aufnahme wieder. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren oder auch sogar zu liken. Ja, egal. Und des Weiteren, ich habe auch eine Facebook-Seite, wo alle die neuesten News sofort aufrufbar sind. Also checkt sie und wir sehen uns dann. Bis dahin. Schau mit SCH.